Oh ja, das kommt ja mal hier natürlich. Oh, natürlich. Na mein Gott. Der muss die Krüfte zurückgeben. Ich war grad weg. Du sollst die Krüfte zurückgeben, das wollen die gekämpft haben. Ja, sauber Roland. Ja, ich will dich doch lieber. Und, funktioniert's noch, ja? Ja, kannst du die Krüfte auch machen? Ach, da unten, oder? Ja, ich will noch weg. Jo. So. Und das blöde Ding gibt jetzt endlich ein Rauch. Macht keine Geräusche mehr. Wir sind bereit. Nachgekommen. Gehen wir mal her. Und wir sitzen mal her. Oh, dein Brot. Ich hebe mir wieder raus. Flaschen wir uns später nochmals. Ja, ich darf ihn. Jo. Jo, geht voll zurück. 1, 2, 8. Ja, genau. Ja, alles los. Alles los. Jetzt fährt. Natürlich. Ein bisschen Sektum kommt's mal auf. Gott, ey. Doch. Was ist es? Willst du mit dem Außengeländer klumpfen? So. 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 So Fammel, wo man da irgendwo das Ganze umleiten kann. Das ist jetzt so ein Schmeldeband hier, die Moxon beben. Ende abgeknickt. Eigentlich wie so ein Zwo-Element. Und die Ende sind abgeknickt. O. Hoös. Ja, korrekt. Die Funkeln. Wo ist es denn? Brachlibelli? Nein, du den Noma, verstehst du? Du bist der Bucke? Ja, du bist der Bucke. Ciao, Maria, buonasera. Entschuldige, sei in der Schuhe, oder? Du bist gut? Du bist der Bucke? Du bist der Bucke? Du bist der Bucke? Du bist der Bucke? Du bist der Bucke?! Du bist der Bucke? Du bist der Bucke? Eil ihr kommt? Ta bench ist, L Die Flügel sind 12 cm lang, eine gewisse Spannweite und ein Geflatter, wie er guckt. Das ist wirklich ein Geräuschspiegel. Wenn du so etwas hörst, dann suchst du die gleich. Die Flügel sind blau, also so blau oder blau. Ich finde das ganz blau gekümmert. Ah ja, das ist ja so. Jawohl. Bitte ruhig. Wie oben. Wie oben. Wie oben. Das war so klein, klein. Ich darf nicht die Spannweiten oder die Zude oder das Schöpfe immer. Das war aber blau, oder? Na, das war blau, ey. Also so kobaltblau und leicht grünlich schimmernd, je nachdem wie die Sonne drauffallen ist. Die sind so metallic wie vielfach, also die haben richtig geil ausgeschaut. Aber, das ist in der Natur an, man muss hier nicht alles aufs Nagelbecken haben, ne? Jetzt haben die man normalerweise. Ja, warte, naja, kann schon sein, aber die, wo ich gesehen hab, da letztes Jahr, so, bin ich richtig erschrocken. Was kommt denn jetzt da geflogen? Ja, also bitte. Natürlich wollte ich ja gebellen. Soll es nur sonst gewesen sein, eine fliegende Schlange? Ja, das ist das beste Cola, was ich immer aufs Kippe. So vieles waschen. Ja, aber jetzt ist es mit eigenem Lauf, oder was? Ja, aber jetzt ist es mit eigenem Lauf, oder was? Ja, aber jetzt ist es mit eigenem Lauf. Ja, das ist mitvollziehbar. Vielen Dank.